Hallo Freunde der Fotografie, ich war mal am Biggesee heute und habe da mal so ein bisschen die Gegend ausgekundschaftet. Ja, da wollte ich demnächst mal mit meiner Frau hin. Wunderschön da, der Aufstieg ist etwas erschwerlich. Für Leute, die da Asthma haben oder nicht gut zu Fuß sind, würde ich das nicht empfehlen. Wie gesagt, der Aufstieg war sehr erschwerend. Mir haben oben echt die Oberschenkel gebrannt. Und ich bin nicht gerade dick oder schwer oder sonst was. Also das war schon echt anstrengend. Ja, aber ansonsten werdet ihr da mit einer super Aussicht belohnt. Also vom Feinsten. Aber ihr seht das selber an den Bildern, dass das mal so ein bisschen auf euch wirken. Ja und nicht vergessen den Daumen nach oben. Und abonnieren ist natürlich kostenlos. Ja, wie immer euer Alfred hier aus Herne für euch mal unterwegs. Oh, 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 oh. Musik 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 Musik